So, nun schauen wir mal, was wir beim Generator machen können. Falls wir überhaupt was machen können. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem, feinen Gefühl sollte das kein Problem sein. Geht aus. Fein Gefühl, ja. Schraubendreher? Äh, Zieher? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Erdnüsse? Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Zucker! Hm, wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah, ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Also irgendwas muss ich machen, sonst hätte ich die Zuckerdose nicht mehr. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Au! Geh mal in die Spülung und schauen, was da jetzt abgeht. Das muss ja irgendwas bewirkt haben. Wow. Ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonargehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Ha! Perfekt. Kann ich jetzt auch hier... Oh! Aua! Der ist zumindest eingepennt. Nichts passiert. Dann kann ich doch bestimmt hier klauen. Oh. Haps! Der ist richtig drauf. Schneide ich nicht so viel. Alter, ich will jetzt auch so schnarchen. Süß. Was haben wir hier noch? Jukebox? Hm. Das haben wir, das haben wir. Kerze. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drinnen für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. So, wie jetzt. Gerade. Äh, gut. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Aber ich glaube, ich kann das Notenblatt mit dem... Dings bestimmt benutzen. Was ich mit dem Fisch mache? Oh, halt's Maul. Ey, er läuft wieder. Aber... Rasiermesser? Also, das muss irgendwas mit dem... Mit der Katze zu tun haben, anscheinend. Aber gut. Treten wir mal dagegen. Agora? Ah, stupid. Stupid, und so Idiota! He. Hehehe. Ah, ja. Und dann tauschen wir mal das. Notenblatt. Der tote Taubentango. Mal sehen, ob das was bewirkt. Ach, hier könnte ich auch noch was vielleicht machen. Was? Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Was mache ich mit der Antenne? Turnierhand. Du, Mufu's Gummi-Armant. Tja, sonst klappt das immer. Also, hier oben muss ich auch was machen können, dann komme ich auch da hin. Also, ich bin schon mal einen Schritt weiter. Äh. Hey, du! Was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Ja! Ich wusste, dass er die Bewegung gemacht hat. Von wegen, bei deinem Kumpel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Moment, bringt mir das dann was? Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Jetzt. Nicht ernsthaft. WIS? Wie soll ich den in den Zü- Ich geh erstmal zum Waffenland. Und dann probiert es Boso nochmal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Natürlich. Du willst du nicht etwas schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Homm schon einmal noch. Das muss helfen. Ansonsten fehlt immer noch was. Wann lernt ihr eigentlich? Wer seine Beine vollzählig macht, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein. Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du fragst mich voll Entführung, woher kommt der Gestank? Ich hab eine Erklärung. Drei tote Dauben liegen hinterm Schrank. Oh, Solemia. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Oh, Gott! Oh, Gott! Ach so, das hat das Umstellen gemacht. Vielleicht bringt das bei dem anderen was. Äh. Hm. Da? Gehen wir noch mal zum Marktplatz. Zum Apotheker. Das hier. Ach, dann kann ich... Mo! Und was soll das bringen? Ne, das ist mir noch nicht... Also, ich kann... ...alle möglichen... ...miteinander verbinden. Ist nur die Frage, wie es richtig sein müsste. Damit ich vorankomme. Hm. Na gut, gehen wir doch mal hier. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier hab ich ihn also verloren. Hä, der... Oh, Mann. Dann hab ich ja mein Ziel schon erreicht. Also. Nochmal nach da. Aber jetzt kann ich ihn benutzen. Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Hm, hm. Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Hey, jetzt ernsthaft? Das ist... Das ist... Gleich schwöpfe ich da doch eh wieder über irgendwas. Der kann ja nur auf der Strecke liegen. Fällt der jetzt nochmal da rüber, oder was? Ich muss über... Hey, hier hab ich... Also muss ich irgendwas damit machen. Weil ich ihn sonst nicht richtig benutzen kann. Aber was? Pff... Das ist er. Er ist noch schöner als ich. Nämlich zumindest... Eimer? Das ist er. Er ist nämlich... Das ist er. Nämlich zumindest... Das ist er. Nämlich zumindest... Hm. Das ist er. Nämlich zumindest... Nämlich zumindest... Ja. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Wuuh. Wuhu, wuhu. Wuhu, wuhu, wuhu. Wuhu, wuhu, wuhu. Aua! Also muss ich jetzt... Den ganzen Weg bis dahin unsichtbar machen. Okay. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Soll ich den jetzt wieder benutzen? Wo ist denn mein... Hä? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich muss über... Hey, ihr habt... Kann ich die nehmen? Ist ja schon gut. Vielleicht mache ich mich einfach unsichtbar und kann irgendwas mitnehmen? Ja, das ist jetzt hier die Frage. Au! Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine... Hm-mm-mm! Autsch! Man konnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich bei der Landung extrem lässig abgerollt. Wieder von der Decke? Hm, ouch! Ich meine... Uah! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Äh, hä, hä. Ah. Das könnte mir helfen. Hm, den habe ich... Gut. Schauen wir mal, ob das mit... Linker Fassung? Bestimmt kann ich ja sowas auseinander und wieder... Dings, aber... Ich habe eine Idee. Das mit... ...dem Periscope benutzen. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen. Ähm, dann... ...dremm? Ha! Und... Zack! Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Schauen wir mal. Ich bin scheuer. Oh, und dann diese Musik hier. Aber mehr ist ja auch nicht als der vor... Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von dem, das schickt. Aber verflügt. Der Welpe ist wirklich niedlich. Okay. Da schau her, der Stapelbuch. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal. Das ist ja nur gekrakelt. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink! Melden Sie sich! Moment mal. Die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink! So antworten Sie doch. Ihr spricht Cletus. Ich meine... Das ist doch Cletus. Klar. Goals Verlobter. Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Natürlich nicht. Nein. Hallo, Cletus. Wink? Sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschontes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie meinen Ex-Verlobte. Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmarkt auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, äh, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Klar. Wozu die Eile? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem. Weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out! Nein, einen Moment noch! Ich... Verdammt! Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich... Meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. Ja, genau. Ähm, kann ich hier noch irgendwas machen? Knopf. Kitty. Kitty? Kann ich das mit Kitty benutzen? Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Na, dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Oh, egal. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Na, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. What? Aber, das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Okay. Donner ist ganz ohr. Ich könnte da auch bei euch einsteigen. Ich könnte da auch bei euch einsteigen. Donner sagt nein. Ich habe da ein weiteres Angebot. Ticke. Hehe, genau. Gnade. Gnade. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Nee. Haha, und ich dachte schon. Äh, das? Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Hehe, genau. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Äh, dass ich begnadigt werde? Dass ich begnadigt werde? Hehe. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Nee. Haha, und ich dachte schon. Also, irgendwie muss ich da rauskriegen. Na gut, machen wir mal das einfach. Nur zu, ein schneller schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Ticke. Hehe, genau. Dann sind wir uns ja einig. Wartet mal. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Rufus. Oh, oh. Das war unangenehm. Ach, das war's? Ich dachte, da kommt irgendwas viel Schlimmeres. Nun gut, hier geht's auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin ein Kane, die Adjones.